Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter. Und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Bist schon richtig geübt? Ja. Geht's dir wirklich gut? Mir ging's nie besser. Gut. Wie es hier aussieht. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Scheinst sie gut zu kennen. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Danke. Leon, sieh nur! Ist das nicht... Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Ada! Ah! Sad luck! Ah! Unwürdige Kreatur! Du hast den Heiligen... Leife! Schmidt! Das Privileg eins! Mit uns zu werden! Beklärung! Vergebung! 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 Ah... Händler! Da hast du deine Gnade. Aida, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten nen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Beeil dich lieber. Süß. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Okay, nichts wie weg hier. Ja. Endlich nach Hause. Noch haben wir's nicht geschafft. Danke. Sie greifen nicht an. Was ist los? Ohne ihren Anführer sind sie nichts. Game over für sie. Na bitte. Nicht schlecht, Aida. Ist du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest. Dann halt dich fest. Dann halt dich fest. Test halten! Test halten! Test halten! Das war's für heute. Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Mission erfüllt, was? Mission erfüllt, wenn du zu Hause bist. Danke, für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine, klar. Nur das mit dem Messer solltest du nochmal üben. Na komm, ab nach Hause. Condor One? Basis an Condor One, hörst du mich? Kommen! Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon! Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Und... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir ändern den Kurs. Los! Wir ändern den Kurs. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.